Auf jeden Fall schließe ich jetzt die Türen und fahre weiter zum nächsten Bahnhof. Jetzt habe ich hier noch Britz-Süd drin. Jetzt kommt aber Britz-Süd. Deswegen ändere ich das jetzt auf Nicht-Einsteigen, mache das wieder weg. Übrigens um diese Maus zu aktivieren, braucht man STRG. Kann man dann hier aber nicht so bewegen. Kann man auch so nicht. Muss man halt mit den Falltasten machen. Ja, ich stelle schon mal langsam das Nürnberg runter. Bremst den Zug ab. Weiter vorne kommt Britz-Süd. Ausstieg links. Kommt, wir fahren mal mit 40 ein. Und ja, ich nehme den Fahrbuffet raus. Bremst den Zug ab. Komm. Alter. So, ich stehe und es kommt die Ansage. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So, es sind bereits alle ausgestiegen. Ich mache die Lichter aus. Denn dieser Zug endet hier. Schließe die Türen. Diesmal nicht mit Einsteigen. Bitte rennen. Sonst würden sie wieder einsteigen. Ist sinnlos. Und wir fahren los. Verdammte Fliege hier. Die stresst mich hier schon wieder total. Verschwinde. So, und wir fahren in die Kehre. Hier steht auch schon Kehre. Also Kehr-Britz-1. Also Britz-Süd-1. Kehre-1. Es gibt nur eine Kehre. Ist also die Zahl ja kein sinnlos. Kehre. Ja, gut. Gut. Da wir bald drin. Sind, ähm, werde ich jetzt hier langsam abbremsen. So, ähm, so wieder. Zack, so. Das war's. Wir sind angekommen. Ähm. So, ich öffne mal auf beiden Seiten die Türen. Mach das Licht hier vorne auch aus. So, ähm, steige halt aus. Ihr seht jetzt nicht einsteigen halt. Und hier ein Lichtlein. Ab und zu hier im Waggon seht ihr auch noch ein Lichtlein. Ich kann sogar eine Taschenlampe verwenden. Das ist doch mal entgeil. Ja, gut. Hier seht ihr halt den Zug. Hier ein Lichtlein-Brennchen. Bringt zwar nichts, weil es nicht im Jähn-Waggon ist, so. Aber, mhm. Nicht meine Entscheidung. So, hier noch ein rotes Signal. Allerdings ändert sich das gleich, wenn ich hier mal in den verdammten Zug reinkomme. Verdammt, hier. Hier seht ihr noch rot, weil ich eben den Fahrschalter noch nicht nach vorne gelegt habe. Ist ja auch egal, ne. Ach, verdammt, leck mich. So, mach mich halt das so, ne. Ähm, ja. Jetzt lege ich den hier um. Da seht ihr das grün-gelb-gelb-Signal. Heißt maximal 25 Fahrt. Also freie Fahrt mit maximal 25 kmh. Jetzt seht ihr hier das weiße Licht. Halt, ich steige wieder ein. Mach das mal mit YP. So, und, ähm, ja. Mach das Licht wieder an. Aber, na gut, ich will jetzt nicht nochmal zurückfahren, sonst wird das hier zu lange dauern. Okay, dann verabschiede ich mich von euch. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.